hallo wir wollen jetzt mal auf chip zur abwechslung mal was anderes machen außer 15 80 kannst du schon einsteigen das geht schon ja los das war mega knapp natürlich das fall aufgemacht so jetzt hoffentlich nur das kack franzosen das ist ein großes ich komme vielleicht nicht mehr sondern einfach mal wieder anfangen die ganze lösung netz Oh, ein schönes, großes. Ne, da sind wir genannte Flecken der Welt. Ah, guck mal! Ach ne, die haben ein Heli aufgedacht. Ich sehe ein Heli. Ein weißes Wegespaw, aber ein Heli kann ich sehen. Genau. Da ist ein großes, rechts von uns. Und da hinten auch. Da ist eine Insel. Da ist rechts. Ne? 112. Gut. Das geht. Welche Seite fällt das denn ab? Ich fahre an dem vorbei und im Grunde das kommt von rechts. Also du musst auf die linke Seite werden. Ja. Ja. Ich fahre mein Arsch, Alter. Wenn der Probe vorbeikommt, der kommt in die Rede wieder. Ja. Die sollte ich auch schon in die Flüge geben. Hier gibt es wieder sein AK Spray aus 100 Meter. Flatsch. Dann sprengen wir sie mir AK zurück und stemmen uns hin. Ja. Bei den beißen Verrecke, dann spür ich jetzt Wasser und Top an. Scheiße. Das sieht aus. Das ist eine gute, coole Base mit Stücke. Ja, habe ich schon gesehen, ja. Ich hoffe, das ist ja keine Rucksatzsetzung. Ich denke, das ist auch das größte Base. Ich sehe, es sind noch Rauch, glaube ich. Ja, das ist noch Rauch. Ja. Ich mache jetzt eine Drehung gleich. Ja. Ich gehe mal kurz. Ich gehe mit den Winkler, damit wir nicht hinziehen. Ja. Ich habe mal eins kurz. Oh, shit. Ja, ja, leck mich im Arsch. Sorry. Huch. Ah. Machst du denn den linken Knopf dir? Was? Was? Von freien Seiten, Alter. Ja, warte, 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 warte. Ich muss mir mal, ich muss mir mal Spritze setzen. Ich hoffe nur, dass sie sich hier mit mir rumballern, ey. Down. Down. Wo willst du lang? Ich glaube hier rechts. Das höre ich dann links, oder wie? Ja, machen wir jetzt so. Ich geh schon mal runter aktivieren, ne? Ja. Oh, ich hab kein Licht mitgenommen. Scheiße. Ich geh nicht, wenn du brauchst. Hast du es gefunden, oder was? Ne, hab ich drauf. Ne, 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 brauchst du es selber. Ich gute schon mal alles kräftig, dass wir notfalls dann halt abspringen, wenn die kommen. Was sind denn die Püppelkisten hier? Oh, das geht doch hart. Boah, der lebt immer noch. Ah, da ist die Kiste. Mites? Mites, zwei. Sauvieler Car-Buddies und Skuller. Okay, dritte ist es da. Das ist die dritte? Das müsste bei dir dahinter sein. Ah, ich komme jetzt wieder runter. Wir sind jetzt bei den Franzosen. Ja, der nicht mehr schießen wird. Warst du schon ganz oben? Ja, Kippen ist alles weg. Gut. Was ist die Scheißkiste, die andere? Du solltest sie nicht mehr sehen, wenn du vorbei wärst, ne? Ich weiß, ich weiß. Das sieht doch gut aus. Wo ist die Kiste? Die muss oben sein, irgendwo. Oben? Ja. Oben war ich doch gerade, da war nix. Ich gehe nochmal durch den Gang. Ich laufe nochmal rum. In der Kiste. Ah! Meine Fresse, da ist halt was mit mir los, ey. Ich weiß es nicht. Alles gut? Ja, ja. Ich verkack dir aber aktuell total, Mann. Wo ist denn der? Schlawiner. Also hier oben ist nix. Okay. Hä? Was denn? Oh! Wo? Auf die zwei Stücke geschehen! Unfassbar! Ich habe eine Ölraffinerie. Toll! Also oben ist nix, sagste. Nix. So, jetzt guck ich nochmal. Die sind alle im hinteren Bereich. Die sind alle im hinteren Bereich. So, eins, zwei. Und hier in dem Bereich? Ah, da! Okay, gut. Gehen wir mal gucken, was da mal gespawnt ist hier. Beim dritten Mal tut tut. Das ist nischt. Das ist noch eine grüne Kiste. Das ist noch eine grüne Kiste. Das ist noch eine grüne Kiste. Normale Kiste. Gut. Dann haben wir jetzt alles. Ei, 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 ei. Hm. Normale war das jetzt aber wieder nicht, oder? So, wie sind die denn jetzt hier noch? Ölf. Ja, würd ich ja gleich sagen. Schluss. Ich hab jetzt noch 69 Öl mitgenommen. Ach, wer ist der Scheiß? Öl. Low Grade. Low Grade. Aus dem Schiff rausgenommen, bevor ich abgesprungen bin. Bewegt. Bewegt. Bisschen Glück. Ah ja, bitte. Könnte ich mal mit nem Handy da. Shit. Transporthugschrauber bei der großen Olvik. Hm. Hm. Könnte es sein, dass der gerade die Kiste gebracht wird. Gut. Ich mach erstmal einen Cut. Ja, ja. Oh scheiße. Auf der Bäuse. Hat er dich gesehen? Anscheinend. Ich hab dir was gesagt, Kollege. Ich bin rechtzeitig eigentlich rein, dachte ich, aber... C4. Komm mal runter hier. Ja, ich kann jetzt grad nicht. Okay, dann bleibt er oben. Mit deiner Kiste versteckt, oder? Warte. Nee, nee. Dann ist hier nix. Bin unten. Okay, komm mal zu der Kiste hier hinten. In der Mitte. Da kannst du Tech-Twas stapeln. Dann schießt der immer noch auf mich. Äh, oder hier hin. Hier ist ja gar keiner mehr oben. Keine Ahnung. Wo sind sie denn? Auf der Olvik? Auf der Olvik, ja. Auf der kleinen. Haha, Pussys. Alter, ich erfriere hier. Ich merke das gar nicht. Ich hab gar nicht aufgepasst, weil irgendwas Gutes drin. Ähm. Ich lausche. Alter. Hallo. War ich da ein Boot? Ich zeig mich mal nicht. Äh. Äh. SMG? Ne, Quatsch. Äh. 2 Thompson. Eine Schrohflinte. Eine gute. HQ-Platte. HQ-Doppel-Double-Door. C4. AK. Ähm. MP5. Oh, schön. Dann weiß ich schon mal, wo ich nicht langfahre. Wir fahren dann oben lang. Ah, da müssen wir ja bei den Franzosen, oh Mann ey. Okay. Warum? Wir können doch hier wieder zurückfahren jetzt dann. An der Eurig vorbei. Mit ner Bolt. Ähm. Ja. Ja. Müssten wir, wenn denn, obwohl doch, warte mal, die kleine, doch, wenn wir einen ordentlichen Bogen, äh, spitz langfahren an, äh, an der, äh, an der Küste, könnte es klappen. Kannst du ja Karschie? Kannst du ja Karschie? Das geht ja auch. Ja. So, was haben wir jetzt hier? Oh, guck mal rein, Alter. Oh, wow. Ah, taten Tage, Alter. Kann ich, ne, kann ich nicht, ne, das weg. Ach, ich nehme die Ding, wenn ich darf. Die was? Die Rüstung, da brauche ich nicht die gute, ganz gute hernehmen. Ach, lass doch die gute Rupf ruhig. Äh, hast du Laptops? Ja. Hier. Hast du, äh, Verkehrsschilder? Ne, aber ich kann doch nehmen, also ich bin noch. Ach so, nimm doch mal da raus da alles. Ach so, das weiß ich ja nicht, ich dachte du wolltest. Ne. So. Lass uns abdüsen. Na, wie weit sind wir weg von der? Ja, ja. Okay. Oh, Kist ist weg. Jetzt müssen wir Lack machen. Die Freunde, hey, schossen kommen. Hm. Guck mal, ob die schon kommen. Ne. Okay. Aber die Frage ist jetzt wirklich. Was wird denn das, sie geht denn das hier nicht? Ach so, freigeben. Die Frage ist jetzt wirklich, äh, kommen die uns hinterher? Wenn die nach da fahren, dann fahren wir denen ja direkt in den Arme. Ja, das ist jetzt ein Problem. Da sind Witze. Ja. Wo ist denn das? Auf der Spitze. Okay. Ich werde doch erstmal freimachen. Zack. Bitte nicht tief ins Masken. Das ist so behindert. Ja. Jetzt haben wir 100 Prozent. Ne, jetzt sind 33 Geld. Jetzt müssen wir das schnell weg. Ey. Ich fahr gerade aus. Boah, ist das dumm, ey. 44 Grad Minus. Alter. Kannst du mich spritzen? Danke. Bitte. Ja. Ich sag dir Bescheid, wenn ich wieder was brauche. Ja. So was. Bringt auch nicht viel, was auszuziehen. Ja, gar kein Platz dafür, was auszuziehen. Außer eins. Oh, Mann, ey. Weiter mal. Wo haben wir denn die Möglichkeiten hinzugekommen? Das ist hier im Eisgebiet gar nicht. Ja, ich guck mal, dass es genug Möglichkeiten wäre. Den Hafen anliegen und dann 5, 4. Ähm, Spitzen, bitte? Und wenn, geht noch mal. Ich hab noch Spitzen, dann bin ich da. 70 Leben. 69. 69. 68. 67. Das ist ein Gewinner leider. Aber, also was war. Wir sind fast im richtigen Gebiet da. Wie viel hast du bei mir, Spitzen? 7. Oh ja, fast. Ich hab 6. Jetzt wird's ja gleich warm, bitte. Ja. Ich brauch trotzdem noch mal eine Spritze, bevor ich... Aber noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Erst, wenn ich wieder... War nicht. Ist der Fall wieder verloren. 38, 33, 28, 22, 22, 17... Okay, jetzt kannst du wieder spritzen. Jetzt bin ich fast verreckt. Ehrlich? Ja. Ich hab auf dich geguckt und gespritzt und er hat noch 3 Leben. Oh lol. Kein zwei Spissen reingeklettert. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Gut, hoffe, jetzt machen wir das Gebiet, die Straße entnehmen könnte. Ja. Vielleicht können wir mal gucken. Ja. 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 Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst und ich hab Angst. Ich hab Angst und ich hab Angst gesagt, wenn ich... Also, ich hab uns mitiki remis, wie Fraueli, mich immer Jupp. Ah, wie mich hier erschreckt. Weil du in der AK nachgeladen hast. Achso. Ah, guck mal hier, Heli. Hey, cool. So, Heidel. Oh, weg. Vier leben nur noch. Oh. Äh. Haben wir Splint? Nee, haben wir nicht, ne? Gar nichts. Dann hätten wir doch recyceln sollen. Aber bis wir jetzt zurücklaufen, recyceln und herlaufen... Hm, dann ist er eh im Arsch, ja. Ja. Es war klar, dass die noch viel Leben hat, ne? Ja, eben da. Ich denkst, wir sind kaputt. Jawohl, ja. Der liegt ja noch mit Bogen und so. Ja, der hätte jetzt fünf Splitter gehabt. Fünf, wow. So. Oh, das war's. Du doch. Was, willst du essen? Nee, nee. Oh, Mann, ey. Ich hab so viel AKs dabei, ey. Hm. Die kann man sich auch voll cool in den Baum reinbauen, ne? Kannst du das riechen? Pro-Player. Baum, halt. Ja, so ungefähr. Hey, links ist ne... Ach, die sind aus Holz. Die Straße weiter. Toni, hier ist der eine Putze nach der anderen auf der Straße gebaut. Ich hab grad gedacht. Was behindert das? Die ist offen. Ach, das ist ne... Da ist, das ist ne... Ne, 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 ne. Ja, Bushaltestelle. Ja, Bushaltestelle, ja. Ähm... Ja, genau, da hängt ne Schottgarten drin. Da war auch nirgiger, oder? Genau. Jetzt hier und schreddern? Können wir machen, mir egal. Tag Crush, kannst du's decken. So, dann schredder ich hier schnell an die Buddies. Ach, ich komm hier hoch. Ey. Ich hab halt echt nur Scheiße an dem Finger, ey. Tag Crush musst du den, äh, deutschen Schrott musst du nehmen. Den hieb ich so gleich hier vorne. Ehrlich? Machst du nen Hammer? Äh, ne, ne? Doch. Das ist gut. Den hattet ihr ja dabei, hab ich mir mitgenommen. So, dann kannst du schon mal den Schrott draus nehmen. Lass uns mal gucken gehen. Achso. Detalschmitter, stehe ich dir da hin. Wir haben 150, das reicht. Achso. Hast du wohin gelegt? Hier bei mir. Gleich hier unten in der Kabelung. Sie sind doch ganz voll. Geste, wo ich lang gelaufen... Hm? Ich seh halt weit und breit auch keinen weiteren Heli. Mhm. Geste, wo ich da gesucht hab, wie lang gelaufen bin, schlagen gleich zwei nebeneinander. So, 10 Meter, gefühlte 10 Meter. Äh, aber hier bringt's nix die Richtung. Schnellgebiet. Da steht kein Heli. Und dann müssen wir jetzt wieder so links... Und noch durch den Scheiß hier durch, ey. Puh. Ich mag grad nicht das Gefühl, voll zu sein mit guten Sachen. Und so weit laufen zu müssen. Ja. Wir müssen da einmal komplett über die Map so gesehen. Mhm. Und dennoch so ein riesen Bunker da links von uns. Äh. Wer hat gekloppt? Oh ja. Gekält das Ding? Ja. Entweder das oder die können nicht bauen. Ist doch okay, die können nicht bauen. Ich bin ja weg. Ich hab überall Rufcamper. Ich will nach Hause. Ja man. Ich will auch nach Hause. Komm schon, jetzt muss hier ein Handy sein. Gucken wir jetzt schnell rechts. Da steht keiner. Okay, dann da lang. Wir haben auch Glück, ne? Ein Heli mit dem 4, der explodiert kurz nach uns. Was? Oh. Okay. Ich verstehe es. Pass auf Minen auf. Scheiß Maschinengewehr. Kacke hier irgendwo. Torritt Mist. Aha. Oben ist das Tor auf. Aha. Gerated? Der Tor ist hochgefahren. Dann sollten wir ihn schnell weg. Himmel Arsch nochmal. Wo ist der 10 Heli ey? Kann doch nicht sein. Links oder rechts. Wo sind wir lang? Äh. Wir gehen nach rechts. Nichts. Siehst du halt da jetzt stehen? Mhm. Nichts. Nee, nein. Aber wir wissen jetzt zumindest wo große Basis sind. Ja. Ganz toll. Ah. So. Es ist immer das gleiche. Wenn du hier nicht brauchst, dann findest du das gleiche. Jetzt komm's hier viel da. links und rechts 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 in richtung heimat ich meine hey es sind natürlich wieder keine spiele unterwegs ist klar weil sie alle in ihren basen pümmeln und sich gegenseitig von einem huf unterschießen ich weiß nicht mal ob wir zum außenposten können oder ob das auf uns schießt das weiß ich jetzt auch nicht genau okay fagg ja ah hier 700 er ist voll nein nicht viel laut aber denkt dran ja 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 das ist doch auch ein seltsames toll don naja, das wird die Neu-Alt-Bau geben naja, das wird die Neu-Alt-Bau geben ach, da kommt ein Erdruck ich dachte, da kommt jetzt ein Hedi aber dann kann es auch nach vorne stehen bleiben dann laufen die Lüben raus runter, Junge, runter was machst du denn da? ich meine Hediensicherheit das sieht so geil aus das sieht so geil aus so, jetzt open mal das Tor du kannst hier nicht rein fahren da geht alles pass auf nein, nein, weiter Knallbirne jetzt ist er erstmal safe gut, ist erstmal safe den feigen wir hier wieder raus und dann haben wir ein Hedi ne, nachdem wir das Ding auszuschalten haben meine Güter, Alter puh, wir haben es geschafft, ey juhu komm, wir können doch mal noch die Dropbox reinschmeißen was wir haben da was du da hast was ich habe damit wir mal da reingucken können das war's ja das war's okay das war's das war's oh ja hat sich doch gelohnt hat sich gelohnt auf jeden Fall ja gut reicht aber auch jetzt da bin ich aber mit den Nerven am Ende gut naja, alles klar dann würde ich sagen reingehauen bis zum nächsten Mal Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü vielleicht kann ich den den braten versorgen ok ein bisschen hegel hier haben wir was aber ich glaube das geklaut eiskalt ich glaube jetzt kommt raketen ja ich frage es nur kann man ihn halten wir müssen gucken dass wir den hier irgendwie in unseren komponen fallen lassen können pass auf raketen gucken ob die die schwanzmänner fernsmänner schon kommen okay naja kann sich kaum bewegen dann Warte, 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 warte. Lass dich nicht zu weit abstürzen. Wenn er jetzt auf den Zug kommt, kriegst du ihn wegballern. Komm, rüber, 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 rüber. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Nee. Jetzt wär gut. Aaaaah. Nee, jetzt ist wieder scheiße. Wohl, egal, rüber. Geht n? Boah, ist Feuer. Wirst du mal warten? Du musst ihn hochhalten. Aber jetzt? Du kannst rufen gehen. Du kannst rufen gehen. Sofort rufen gehen. Kann ich ja nicht. Es ist noch heiß. Nee, 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 du kannst rufen gehen. Ah, ist er voll im Wasser? Ja, ja. Ah, nice. Du deckst mich ein bisschen, oder? Ja, ich versuch's. Du musst rufen, gedeckt dahin zu hinter dem, äh, heli gedeckt sein. Ja, ich muss was Licht anmachen wahrscheinlich. Ist das ein Spieler? Ich weiß nicht. Nee, ist ein Bär. Äh, eine Küste hab ich. Wo ist die andere? Fuck, ey. So dunkel hier. Äh, vorne an der Front liegen zwei. Drei. Ja, 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 ja. Und da, genau. Rockets C4. Nice. Holo und noch was. Okay. Und laufen scheiß Muni und ne SMG. Das sind vier Kisten, oder? Ja. Und ne SMG und Munition. Markets C4 ist echt geil. Schade, ich wollte sogar ne M249. Ja, mein Gott. Wir haben immerhin den Affen den Heli geklaut. Hast du ne Aufnahme gehabt? Das kann ich rückwirkend aufnehmen, kein Problem. Ja, kannst machen. Alles super. Till, zuerst die beiden Ding runtergeholt, die sind Heli weggenommen. Ach ja, genau. Erzähl dir die Geschichte nochmal. Was denn? Erzähl dir nochmal die Geschichte für die Zuschauer. Jetzt oder wie? Naja. Ach so. Ja, ich wollte grad raus zum Farmen und sind zwei Spieler mit dem Heli, Spieler Heli gekommen. Wollten mich angreifen. Ich bin zurück zur Base gelaufen, die sind mit hergeflogen. Unser Raketen-Flag-System hat sie dann schon richtig schön vom Himmel geholt. Da ist sie, Baby. Da steht das. Hehehe. Ja, sehr schön. ki. Ja, folgern. Bis zum nächsten Mal.